Hallo Papa. Hallo Sohn. Ja, grüß Ginesen. Heute geht's um Theater. Junge, nun macht doch nicht so ein Theater. Es treten auf David Sedaris, Harry Rohrold, Katja Edstein, Jurek Becker, Donald Trump, Jeremias Pitchin, Josef Harder, Karl Marx, Bert Brecht, Lenin, Erwin Peskator, Rezo und der Wizard of Oz. Gelungener Reim, eine schöne Pirouette und ein Schönheitsfleck auf der Wange. Hip-Hop praktisch. Herzlich Willkommen im Haifischbecken. Ich bin Theo, das ist Armin und wir wollen heute über Theater reden. Und ich wollte mir gerade ganz fix ein cleveres Intro einfallen lassen aus dem großartigen Stück Theater-Virus von Harry Rohrold, aber es ist mir nicht gelungen. Ja, das ist von David Sedaris. Harry Rohrold hat das nur begnadet übersetzt und gesprochen. Ja, stimmt. Empfehle ich sehr. Also die Harry-Rohrold-Übersetzung und Vertonung von David Sedaris. Ich glaube, nackt ist das. Ja, ich glaube auch. Nackt heißt das? Ja. Naja, gut. Theater. Warum Theater? Ja, also wenn du kein Intro hast, dann können wir ja singen. Katja Edstein. Theater, Theater, der Vorhang geht auf. Weiter weiß ich den Text nicht. Das geht aber ungefähr so weiter. Ich habe das noch nie gehört. Katja Edstein, kennst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Die hatte so ganz lange, ganz rote und total glatte Haare. Es war praktisch wie so ein Helm, der ganz lang ist. 70er Jahre. Das war ein bisschen vor deiner Zeit. Das ist so. Katja Edstein fällt mir dieser Kinderreim ein. Edstein, Edstein, alles muss versteckt sein. Nein, das heißt aber Eckstein. Ach, so ging das. Edstein, Edstein, alles muss Eckstein sein. Ja, ohne Ecken haben wir. Aber Ecken und Kanten gibt es ja auch beim Theater. Oh ja. Super gemacht jetzt wieder. Wieso hast du angefangen, Theater zu spielen? Und wo hast du angefangen, Theater zu spielen? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es da eine Laientheaterspielgruppe gibt, angeflanscht an das Mecklenburgische Staatstheater mit dem Jungen Staatstheater in Parchi. Und da sind zwei Schauspieler, also richtige ausgebildete Schauspieler, die einige Laien anleiten und mit ihnen übers Jahr immer ein Stück einstudieren, das dann an drei aufeinanderfolgenden Tagen aufgeführt wird. Und da habe ich jetzt drei Wochen, bevor die Premiere war, auf diesen Zeitungsartikel, den ich gelesen hatte, mich angemeldet. Ich habe vorgesprochen und da durfte ich dann gleich mitmachen. Und wieso hast du dich da angemeldet? Wieso hast du da vorgesprochen? Was ist so dir im Kopf durchge... was ist geschehen? Ja, ich wollte ja mal ein bisschen unter Leute kommen. Unter Leute, die mir auch sympathisch sind. Das ist gar nicht so ganz einfach. Ich kann weder Kegeln... Was muss man für einen Test bestehen? Da muss gar kein Test bestehen. Es ist nur... Waren Sie mal 20 Liegestütze, los! Ich interessiere mich nicht fürs Grillen und ich interessiere mich nicht für Autos und so. Da werden die Menschengruppen schon immer kleiner hier in der Gegend, die dann in Frage kommen. Ich will ja auch niemandem was vorwerfen, nur ist es halt so. Und ich sitze ja hier in meinem Kämmerlein und mache meine Geschichte, mache meinen Roman. Und manchmal bin ich wirklich tagelang gar nicht draußen. Also unter Menschen. Draußen bin ich schon im Wald. Ich gehe spazieren, aber... So, und es hat sich dann auch ganz schnell gezeigt, dass die da in dieser... Bei den sogenannten Pütterbrettern... Also Püt ist, glaube ich, irgendwie so ein alter oder plattdeutscher oder irgendwie jedenfalls noch so ein Name für Parchim, glaube ich. So nennen die sich dann Pütterbretter und die sind alle ganz lieb. Also wirklich, ausnahmslos. Und das ist halt einfach einmal die Woche. Normalerweise einmal die Woche. Ein schöner Termin, wo ich dann hingehen kann und dann ein bisschen was auswendig lernen, was ja auch immer gut ist. Und sprechen lernen. Ich habe ja vor, wenn ich mal irgendwann was veröffentlicht habe, auch zu sprechen, Hörbuch zu machen oder auch Lesungen zu machen. Und da muss man ja einigermaßen sprechen können. Und das ist ja auch nicht so ganz einfach. Das ist ja durchaus auch ein Handwerk. Da verspreche ich mir ein bisschen was von. Ja, das so zu machen, dass man einem gerne zuhört. Ja, das ist ja das Ziel. Also jeder kann vorlesen, klar. Nur oftmals ist das dann nicht so gut verständlich oder nicht richtig betont oder auch sonst irgendwie nicht angenehm zu hören. Und darüber hinaus habe ich ja bei meiner Arbeit am Roman immer wieder die Aufgabe, mich zu verwandeln in Figuren. Weil die da vorkommen und sich auf vordrängen und dann irgendwas machen auch und irgendwie reden und so. Und damit das dann auch so seinen Sinn hat, ist es ganz gut, wenn ich diese Figur sein kann. Also mir vorstellen, wie diese Figur ist, was sie macht und was sie sagt und so. Und dafür, denke ich, kann eine Figur auf einer Theaterbühne auch eine gute Übung sein. Jetzt bei dem ersten Stück, bei dem ich noch ganz schnell reingerutscht bin durch einen glücklichen Zufall. Also für mich einen glücklichen Zufall, für die anderen war das gar nicht so toll, weil sie mussten im Laufe der Probenzeit seit dem letzten Jahr einige Abgänge verkraften. Also manche konnten nicht oder sind krank geworden oder so und mussten dann während der Proben die Gruppe verlassen. Und dadurch musste das Stück zusammengestrichen werden. Und man hat das dann vor allen Dingen dadurch gemacht, dass statt verschiedener Figuren ein Chor auf der Bühne erscheint, der dann sozusagen mehrere Stimmen zusammenfasst. Und aus diesem Chor konnte dann auch wieder was rausgeschält werden, so eine kleine Sache für mich. Und ich konnte bei diesem Chor auch mitsprechen und so. Und das war für mich ganz günstig. Das habe ich dann auch gemacht. Also das war jetzt nun nicht die große Rolle, in die ich da hineinschlupfen konnte. Das war eine winzige Rolle und die war auch eher so eine Kasper-Rolle, so eine kleine Witz-Rolle. Was würdest du glauben, wie viel Anteil hatte, oh, ich muss mal unter Leute kommen? Und wie viel Anteil hatte, geil, ich will mich auf eine Bühne stellen? Oh, ich fürchte, Letzteres hatte einen größeren Anteil. Weil das habe ich auch festgestellt, das habe ich, ich bin, habe nur nicht das allererste Mal auf einer Bühne gestanden. Ich habe schon mal in so einem kleinen Chor mitgesungen und habe auf der Bühne gestanden. Und da habe ich auch schon mal hin und da ein paar Faxen gemacht. Aber auch mit dieser winzig kleinen Rolle war es schon toll. Übrigens nicht nur wegen des Publikums. Also das Publikum, ja, okay, das war auch toll, dass es da mal Publikum gab. Aber während der Proben war es auch schön. Also es war nicht nur so geil, auf der Bühne zu stehen, um da nun einem Publikum zu gefallen, sondern einfach, um das zu machen mit den anderen zusammen. Ja, wahrscheinlich will man dann auch vor den Leuten sich produzieren, die das auch machen. Weil ich habe das manchmal, oder ich habe manchmal das Gefühl, dass Dinge, die man vorträgt, bei mir sehr selten, also wenn mir dann applaudiert wird, nachdem ich was vorgetragen habe, dann stelle ich mir immer vor, wie ich manchmal im Publikum sitze und für was für Dinge ich schon applaudiert habe. Was versteckt sich denn hinter diesem was für irgendwas? Naja, Vorträge, von denen ich gedacht hätte, dass ich das nicht so schön gefunden hätte, dass ich, wenn ich da auf der Straße dran vorbeigelaufen wäre oder so, dass ich das dann, dass ich da das Gefühl hätte, applaudieren zu wollen. Also dass es so gut ist, dass ich sage, boah, das war gut, das war einfach gut. Ja, Applaus ist auch pflichtgemäß. Wenn man da als Zuschauer sitzt, dann weiß man, man sitzt da, um zu gucken und dann am Ende zu klatschen. Ja, glaubst du, dass das gut ist? Glaubst du, dass das richtig ist? Also, ich glaube, dass es sich sehr traurig anfühlen würde, wenn man vorm vollen Haus sitzt und die sind alle stumm. Ja, ja, ja. Das würde sich doof anfühlen, glaube ich. Andererseits habe ich auch, wir haben drei Vorstellungen gehabt und das war so, dass die Premiere nicht gut gelungen war. Also, da war viel Textsucherei wenig, also tendenziell, war mehr Textsucherei, mehr Hänger, mehr Aufregung einfach. Und das war irgendwie auf der Bühne, ich selber habe meinen Text auch verpatzt, obwohl er ganz klein ist nur. Und ich glaube, das hing auch mit der allgemeinen schlechten Nervosität auf der Bühne zusammen. Alle waren irgendwie verängstigt, alle haben irgendwie damit gerechnet, dass sie failen und haben es dann auch getan. Und da war, ich weiß nicht, ob das nun an meinem eigenen Gefühl lag oder ob das tatsächlich so war, da war der Applaus am Ende so, dass er auch gehalten hat über die Verbeugungsroutine, die wir uns da zurechtgelegt hatten. Aber das war so lahm, gleichförmig. Man hat, obwohl man das Publikum ja gar nicht sieht, obwohl, nee, 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 wenn geklatscht wird, dann sieht man es ja. Jedenfalls, ich habe da auch nicht so genau hingeguckt, wie die dann nun alle so aussehen im Gesicht. Aber das war so, man hat das Gefühl, die sitzen alle da und klatschen, weil das nun eben ihre Aufgabe ist. Das ist auch nicht so toll. Ja, aber das ist ja dann auch so. Ja, ja, ja. Also, ich will auch keinem was vorwerfen. Ich will nur sagen, weil du danach gefragt hast, wie sich das so anfühlt, was richtig geil ist, ist, ich habe in meiner klitzekleinen Rolle ja einen kleinen Joke gemacht. Ich trage als skurriles Fremdelement in diesem Stück ein Heinz-Ehrt-Gedicht vor. Und das ist offenbar nicht so super bekannt. Ich kenne das schon seit 30 Jahren und sage das immer auf, wenn ich einen im Tee habe. Ja, ich habe es oft gehört. Ja, du kennst es schon, genau. Und da waren dann tatsächlich echte Lacher und echter Szenenapplaus. Und das war sehr geil. Ja. Das hat mir gut gefallen. Ich glaube auch, dass das der einzige Applaus ist. Also, mir erscheint es, obwohl ich nicht an dem Ende sein möchte, an dem nicht geklatscht wird, trotzdem richtig, diesen Automatismus nicht irgendwie anzunehmen. Also, ich glaube, dass es großer Ansporn sein kann, zu wissen, dass sie nicht klatschen, egal was ich abliefer, einfach um, also, naja. Ich widerspreche, ich widerspreche. Ich glaube, das ist nicht so. Nicht, weil ich jetzt und auch in Zukunft mit steigender Freude wahrscheinlich auf der Bühne stehen werde. Ist es tatsächlich, ich glaube, das ist tatsächlich nicht schlimm, wenn man im Theater sitzt und weiß, nicht nur, wenn man begeistert ist, sondern einfach auch dadurch, dass man da ein Produkt abgeliefert bekommen hat, eine Anstrengung der Schauspielerinnen und Schauspieler gesehen hat, die es richtig macht, zu klatschen. Also, sagen so, das hat mir vielleicht gar nicht so gut gefallen, vielleicht hat mir das Stück nicht gefallen, vielleicht haben mir auch die schauspielerischen Leistungen nicht gefallen, aber die haben da anderthalb Stunden für mich gehampelt und haben gearbeitet und haben ihr Bestes getan und dafür kriegen sie einen Applaus. Der ist möglicherweise ein bisschen matt und ich bin da auch nicht am Rufen und so, aber das ist das Mindeste, was man so erwarten darf von einer Zuschauerin und einem Zuschauer, die da sitzen und sich das angucken. Ja, vielleicht sind die Modalitäten, also die Veränderungen im Applaus, also ob es nur besonders matt ist oder nicht, vielleicht ist das schon genug, gerade wenn man öfter auf der Bühne steht, bemerkt man ja dann diese Unterschiede auch. Ja, ich klatsche auch, wenn ich Publikum bin, klatsche ich ja auch verschieden. Manchmal bin ich begeistert, dann klatsche ich schnell und laut und aufbrausend und wenn mir das alles nicht so richtig gefallen hat, dann klatsche ich so gleichförmig, wie das halt eben so ist und dann, ja, dann ist es halt so das Minimum dessen, was ich als meine Pflicht ansehe, den Leuten, die da auf der Bühne was gemacht haben gegenüber. Das finde ich schon okay, also und wenn du dann dich freust und tatsächlich aus Freude und aus Begeisterung applaudierst, dann ist das auch spürbar auf der Bühne, das glaube ich ganz sicher. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht noch eine, also was mir nicht gefällt in dem Moment ist halt die Idee von dem, der was abliefert, was einfach nicht gut ist und sich hinterher einreden kann. Es war in Ordnung, die Leute haben geklatscht. Ja, das glaube ich nicht, also ich glaube, dass die Schauspieler es genauso wissen, was die Zuschauer machen, wenn es ihnen nicht so gut gefallen hat. Die Schauspieler sind ja nicht doof, also die kennen das ja auch ganz genau, die können ja auch Nuancen hören. Ja, ja, professionelle Schauspieler, da bin ich, also gar kein Problem, aber bei so Schulaufführungen zum Beispiel. Ja, ich meine, der Umgang mit Kindern und Jugendlichen, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ja, ja, das ist schwierig, also gerade bei so Erwachsenen würde ich sagen, ja, okay, kann man machen, aber obwohl, ich weiß gar nicht, ob das bei Kindern, ich glaube, das Problem bei Kindern ist, dass sie an sich schon häufig so niedlich sind, dass einfach, dass die da sind und was machen, Freude auslöst. Du denkst jetzt so an Grundschulkinder, an kleinere, ne? Ja, bis so 10, 11, 12, so und sobald die dann anfangen, pubertär zu werden, aber vielleicht ist es dann auch genau die Grenze, wo man dann auch was erwarten sollte, also wo man dann auch sagen sollte, so, du möchtest jetzt hier Theater spielen, dann könne aber auch dein Text und zwar gut. Nein, 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 ich glaube das nicht. Ich glaube eher, dass du, also die Gretchenfrage ist ja immer, ein Kind kommt an, so, das habe ich hier gemalt und das ist überhaupt nichts, ne? Irgendso ein Gekrackel. Wie verhältst du dich als Vater, als Mutter? Und ich bin sehr dafür, nicht kritisch zu sein. Das ist der Grund, warum ich nicht malen kann? Ja. Jetzt habe ich es. David Sedaris hat das, glaube ich mal, von dem war ja eben schon die Rede, hat das mal gesagt, er glaubt, dass er deswegen ganz gut schreiben kann. Nein, 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 ganz falsch. Das war Jurek Becker, das kommt aus einer ganz anderen Ecke. Jurek Becker hat das mal erzählt. Kenne ich leider auch nicht. Er ist ein ziemlich berühmter Schriftsteller, DDR-Schriftsteller, wie heißt denn das da? So ein ganz berühmtes über einen Typen, der im KZ irgendwie die Laune hochhält, indem er den anderen allen vorlügt, dass die Befreiung naht. Wie heißt denn das nochmal? Was komme ich jetzt nicht drauf? Es ist hier, auf Englisch heißt es, ist es von Viktor Frankl, ist es das? Da gibt es auch so ein ganz berühmtes. Was? Nein, Jurek Becker, sag ich doch. Ach, ich dachte, der hätte das nur dann benutzt. Nein, das ist ein Roman, das ist ein Roman. Von ihm geschrieben. Ja, ja. Na gut, und noch viele andere Sachen auch. Und der hat eben berichtet, dass er glaubt, dass er ganz gut schreiben kann, weil sein Vater ihm immer gesagt hat, das ist Mist, was du hier machst, als er als Kind angekommen ist. Ich glaube, das ist verkehrt, das soll man nicht tun, denn man kann sich als Erwachsener oft gar nicht vorstellen, wie fragil so ein Kind ist in seinem Ich. Und es kommt überhaupt nicht darauf an, ob das irgendeinen künstlerischen Wert hat. Das ist ja vollkommener Mumpitz bei Kindern. Die können natürlich noch keinen entwickelten Geist haben. Die können nicht auf der Suche nach der Wahrheit sein und so. Das geht ja gar nicht. Die haben mühsam, ihr Ich zusammenzubasteln. Und wenn die sich trauen und sich selbst sozusagen zu Papier bringen, etwas schaffen und dann bei Gott ankommen. Du bist ja Gott als Eltern. Also wenn wir jetzt so von so einem Grundschulkind reden. Und dann abgewiesen werden, das ist schlimm. Das kann man nicht bringen, finde ich. Und so gesehen sind Kinderaufführungen immer gut und immer begeisternd. Und das ist die verdammte Pflicht von den Alten. Also die müssen sich ja meistens zumindest Bezug auf ihre eigenen Kinder überhaupt nicht überwinden zu so einer falschen Begeisterung. Sondern wie du schon sagtest, die sind ja eh niedlich und dann ist man ja eh begeistert. Das funktioniert auch wirklich gut. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ansonsten keine Ansprüche stellen. Das ist keine Kunst, was die machen. Ja klar, das wissen wir doch. Ja, ja. Aber die trauen sich was und schaffen auch irgendwas. Und das ist dann eben so, wie sie das vor Augen haben. Und man soll auch nicht zu arrogant sein. Man kann sogar, glaube ich, einen Bezirk durchaus bestehen lassen, in dem die Kinder eben eine Naivität haben und eine Ursprünglichkeit, die gar nicht zu verurteilen ist. Also das ist ein bisschen heikel. Aber ich glaube, dass es so einen Bezirk mindestens auch gibt, wo man dann sagt, hier sehen wir mal etwas, was nicht schon vollkommen von der Gesellschaft durchdrungen ist. Das kann man, glaube ich, auch durchaus bestehen lassen. Du meinst damit jetzt aber so eine Blase, in der die Kinder einfach lernen, weil du ja dann einmal reagierst und öfter reagierst und dann lernen die ja, wie das ist, dass alles, was sie machen, okay ist. Zumindest im Bereich von, ich male mal was auf. Oder nicht nur okay, sondern gut. Ja, du kannst ja, also wenn nun das überhaupt Thema ist bei den Kindern, wenn das nicht sowieso, weil wenn sie, wie soll ich sagen, auch außerhalb der Schule malen wollen oder zeichnen oder so, dann kann man ja irgendwann sagen, so guck mal hier, das hast du so und so gemacht, kannst ja auch mal versuchen, das so und so zu machen. Oder vielleicht wäre es sogar noch schöner, also diese Speichellecker-Pädagogik, die man eigentlich nicht machen sollte, aber in dem Fall wahrscheinlich doch richtig ist, in der man dann nicht verurteilt, nicht aburteilt, nicht negativ beurteilt, sondern ein zurückgesetztes Ergebnis beurteilt, hinsichtlich der Möglichkeiten, die noch drin stecken. So einfach eine positive Kritik. Ja, ja, das glaube ich auch, also dass es kein, dass es nicht sinnvoll ist, jetzt von einem dreijährigen Kandinsky zu erwarten, ist schon, ist schon so. Ja, genau. Wohl, wenn einer Kandinsky malt, dann vielleicht ein Dreijähriger. Nein, nein, nicht abstrakte Kunst mit Kinderkritzeleinen verwechseln. Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich ein Porträtmaler sagen und dann ist mir aber nur Kandinsky eingefallen. Ja, aber Kandinsky ist ja nun der sozusagen, der Vater, weiß ich nicht, aber jedenfalls ein hervorragender Vertreter der abstrakten Kunst. Da ist ja, das ist das Typische an Kandinsky, ist ja nicht Porträt, sondern abstrakt. Ja, ja, eben, deswegen war es falsch, deswegen fiel mir dann auf. Total falsch, Sohn, geh in dich. Ich klatsche nicht, hörst du die Stille? Ja, ja, genau. Vielleicht pfeife ich sogar ein bisschen. Das geht natürlich, das habe ich noch niemals erlebt, das soll früher gang und gäbe gewesen sein, dass Leute im Publikum, wenn ihnen was nicht gefällt, pfeifen und buhen und so. Oh, und das ist, das wäre ja mal, da frage ich mich dann auch, wieso eigentlich? Also, was das wohl für eine Verbindung zwischen Publikum und Bühne sein muss? Also, ich meine, das ist jetzt gar nicht kritisch, sondern vielleicht ist da inzwischen auch was verloren gegangen. Vielleicht gibt es das auch noch irgendwo. Ich bin ja sozusagen nicht in den Schauspielhäusern der Welt zu Hause, gehe eher selten ins Theater, bis jetzt, jetzt werde ich es wieder öfter tun. Aber was ist das für eine, wie soll ich sagen, was ist das für eine Verbindung von Publikum und Schauspielern, beziehungsweise Stück, die so eine emotionale Erregung hervorruft, dass man tatsächlich, also da ist die Begeisterung ja auch eine andere. Wenn man, wenn etwas schlecht ist oder einem schlecht erscheint, buht, dann ist das ja so, dann muss ja die Vorstellung sein, dass die Schauspieler schuld sind an dem, was sie da machen. Und das ist ja auch irgendwie gewagt, dass man sozusagen davon ausgeht, dass die Schauspieler nicht nur so gut wie möglich Schauspieler, sondern auch das, was sie da spielen, ihnen am Herzen liegt und dass sie das vertreten, sozusagen. Also, da wird die Bühne total ernst genommen. Das hat natürlich einen albernen Aspekt, hat aber auch einen beneidenswerten Aspekt. Da spricht man auf ganz anderer Ebene dann. Ja, das, was mir einfällt, ist natürlich, also nicht natürlich, aber das, was mir einfällt, ist der Roman Meister und Margarita, wo es ja auch so eine Theatervorstellung gibt, wo der Teufel dann Tricks aufführt. Und das Publikum ist praktisch wie ein Mann nur ein Ausdruck von Emotionen. Also, was auch immer passiert, das Publikum reagiert immer. Also, es kreischt oder buht oder lacht oder so. Also, es ist praktisch, es ist das, worum es geht. Und ich glaube, dass das eigentlich auch der Kern ist von der Idee, die hinter dem Theater steht. Also, wenn man sich überlegt, dass Geschichten dazu da sind, Menschen zu zeigen, wie verschiedene Personen in unterschiedlichen Situationen handeln. Und wenn dieses Zeigen des Handelns der Personen eine Implikation für die Leute haben soll, die zuhören. Also, wenn das, was da aufgeführt wird, eine Lektion ist, die besonders gut zugänglich wird, dadurch, dass sie bloß durch eine Handlung erzählt wird. Dann ist es schon so, dass, weil es diesen Umweg gibt über die Handlung, der kein Lehrmeister ist, der kein Polizist ist, der kein Staatsapparatschick ist, dass das besonders nahe gehen kann. Warum das heute nicht mehr so ist, kann ich dir nicht genau sagen. Ich würde mal schätzen, dass es in Deutschland sehr viel reservierter ist als in anderen Ländern. Ich kann mir gut vorstellen, dass Provinztheater in, weiß ich nicht, wo Portugal oder so, nicht so verknöchert sind. Das wäre mal interessant rauszufinden, ob das tatsächlich so ist. Ich könnte mir jetzt, ich verstehe, was du meinst, glaube ich. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders ziehen. Wenn man sich so die Geschichte, also ich glaube, so klassisches Theater, antikes Theater, ist ja eigentlich dazu da, moralisch zu erbauen. Da wird sozusagen auf der Bühne vorgeführt, was Gutes und was Böse ist, glaube ich. Ja, durch Handlung, also nicht explizit, sondern Handlung. Ja, da kann man sich dazu verhalten, ja, durch die Form natürlich auch, wie man das macht, der Chor als Schicksal im Hintergrund und so. Und dann ist das ja eine ernste Angelegenheit und als Publikum kann man sich dazu verhalten und kann sagen, diese Moral finde ich scheiße, die buhe ich aus. Also mal unabhängig davon, dass jemand seinen Text nicht kann und deswegen ausgebucht wird oder so, dass es vielleicht auch gibt. Und das ist heutzutage dann einfach nicht mehr an der Zeit. Warum? Weil es ja moralische, verbindliche Regeln gar nicht mehr gibt, tendenziell. Tendenziell soll ja jeder machen, was er will und wenn irgendwas Allgemeines gefordert wird, dann ist große Aufregung, weil alle denken, sie werden in ihrer persönlichen Freiheit beschnitten und so. Ja, da gibt es einen interessanten Punkt, dass man, habe ich nur neulich gelesen, dass wir jetzt eine Gesellschaft von Rechten sind, also das ist eine Freiheit, die von Rechten beschnitten wird und keine Gesellschaft von Pflichten. Also wir haben Pflichten, die wir erfüllen müssen und danach haben wir irgendwie auch noch was anderes, aber vorher stehen die Pflichten und das hat sich dann wohl gewandelt von der, ne, also verstehst du, was ich meine? Ja, 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 also die Pflicht ist sozusagen das Allgemeine, ne, das ist die Moral. Genau, genau. Die kann ja auch persönlich sein durch irgendeinen Herrscher, kann auch kodifiziert sein durch irgendein Recht, aber das ist sozusagen eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Heute wird es immer weniger, also das ist auch so, wenn du die Verkehrsregeln missachtest, ist es eigentlich nicht so, dass jemand dir sagt, Mensch, das ist aber nicht gut von dir, dass du die Verkehrsregeln missachtest. Im Grunde genommen geht es eigentlich immer nur darum, bist du erwischt worden oder nicht? Ja. Und das geht bis hin zu Trump, ne, der in Regel Verletzer ist, der überhaupt nichts anerkennt und gerade deswegen verherrlicht wird von seinen Wählerinnen und Wählern, weil er eben das schlauste Schwein ist, dass da irgendwie andere in das Licht führt. Ich weiß nicht, ob das genau so ist. Trump behauptet das. Ich befürchte, ja, ich befürchte, dass ein Moment, der da noch mit drin ist, ein bisschen komplizierter ist, nämlich der Moment, dass Leute, die das eigentlich nicht gut finden, den Leuten, die herrschen, vorhalten wollen, wie sie sind. Also, dass sie ihn nicht wählen, weil er so ist und sie das gut finden, sondern weil sie ihn wählen, weil er so ist, wie alle anderen auch und sie wollen das deutlich zeigen. Ja, natürlich, ja, 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 aber das ist es doch. Naja, aber etwas herausstellen zu wollen, ist ja nicht gleich mit es befürworten. Nur darum ging es mir jetzt nur, dass es diese beiden Momente gibt. Und wahrscheinlich viele Leute das auch gut finden, diesen Macho. Ja. Und viele Leute das gut finden oder glauben, ihn gut zu finden. Und also, Wahlentscheidungen sind ja ganz, ganz häufig Bauchentscheidungen. Also, es passiert... Ja, ja, deswegen die Wahlplakate. Genau, deswegen Gesichter. Ja. Und wie dann diese Bauchentscheidung zusammengebaut ist, weiß man natürlich dann im Einzelfall sogar auch nicht. Und ich glaube aber, dass dieser Moment mit dabei ist. Also, dass sie einfach sehen, so soll es nicht sein. Und deswegen zeigen wir euch jetzt, halten wir euch mal den Spiegel vor. Ja, also, das ist dann sozusagen, das sind dann Wählerinnen und Wähler von Trump, die es geil finden, wie er ist und es aber selber gar nicht so zugeben würden. Vielleicht sogar noch nicht mal sich selbst gegenüber. Da, das ist, glaube ich, ganz mit der F-Skala vom Institut für Sozialforschung. in Deckung zu bringen, wo herausgefunden werden sollte, in den 50er Jahren, was für ein Potenzial der Faschismus-Soul in den USA hätte haben können. Und diese Erhebungen, diese Fragebögen, die sie da sich ausgedacht haben, ja auch nicht direkt gefragt haben, haben sie nicht vielleicht auch Sympathie für den Faschismus, sondern die haben eher so ein bisschen verdeckte Fragen, aus denen dann aber doch auch deutlich mittelbar herausgeht, dass man autoritär sein muss, wenn man sie so oder so beantwortet, gestellt. Und das ist genau das Phänomen. Ja, da, glaube ich, ja, ja, da hast du schon recht. Und das ist, das ist dann ein Problem, ein besonderes Problem, weil es nicht auf Ebene des Bewusstseins stattfindet. Ja, und ich glaube, dass das bei Theater im, also auch mal so war, dass das nicht auf der Ebene des Bewusstseins stattfindet, weil die Handlungen so fesseln, ne, weil die Handlungen, die dargestellt werden, eben eine unheimliche Relevanz für die Leute haben, aus verschiedenen Gründen. Und dass aber diese versteckten Ideen, die dahinterstehen, für Menschen, die in einer Gesellschaft leben, wie sie heute ist, nämlich eine Gesellschaft, die sehr auf Rechte und individuelle Freiheiten pocht, also die gar nicht so sehr, die nicht zur Voraussetzung hat, dass man sich über seine Pflichten Gedanken macht vielleicht. Also, ich glaube, man kann den mittelalterlichen Menschen eine ganze Menge nachsagen, was sie gegenüber den heutigen Menschen erniedrigt. Man kann ihnen aber vielleicht nicht nachsagen, dass es ihnen nicht so, also allgemein gesprochen, wichtig war, wie sie sich verhalten, ob sie ihrem Stand gemäß sind, ne, also. Dann ist ja die interessante Frage auch heute, was das eigentlich soll, Theater zu spielen, ne? Wenn diese moralische Kraft sozusagen nicht mehr besteht, dann hat man ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man geht ins bildungsbürgerliche Refugium, da, wo es um Erbauung geht, wo es eigentlich nicht mehr darum geht, moralisch was zu verhandeln, sondern nur noch darum geht, sich irgendwie angenehme Gefühle zu holen, irgendwas Schönes, ne? Irgendwas, was, ein gelungener Reim, eine schöne Pirouette und so und ein Schönheitsfleck auf der Wange. Hip-Hop praktisch. Die Assoziation, musst du gleich nochmal erklären, ich will das Zweite nochmal sagen, dass wir dann mit Gewalt versuchen. Das, was zu Beginn der Drei-Groschen-Oper der Jeremiah Pichim schon sagt, dass er sozusagen seine Bettler ausstaffiert, möglichst drastisch ausstaffiert, damit sie zu den immer verstockteren Herzen sprechen, dass man also versucht, auf der Theaterbühne so drastisch zu werden, dass es doch noch wieder ans Herz rührt. Und da wird dann mit Blut gespritzt und Titten und Pimmel durch die Gegend geschwenkt und auf die Bühne gekackt und so. Und da ist dann auch doch sehr die Frage, wozu das führen kann. Ich habe da nicht so viel Sympathie für, weil ich glaube, der unkultivierten Grobheit, eine andere unkultivierte Grobheit entgegenzubringen, führt nicht zu Verfeinderung und auch nicht zu Einsicht. Ich glaube, man muss, wie soll ich sagen, ich glaube, die Wahrheit ist immer ein kleines Pflänzchen. Und da kannst du mit einer Keule Dix machen, auch wenn die noch so rot angemalt ist. Das ist zwar durchaus schwierig und fast unmöglich, wie Adorno sagt, da zurechtzukommen, aber ich glaube, die grobe Tour, die bringt es nicht. Ich glaube auch, dass das, was da versucht, also wenn das tatsächlich der Versuch von solchen Extremisierungen ist. Ich glaube, die Überschrift ist Regie-Theater. Ich glaube, unter dieser Überschrift haben solche Versuche stattgefunden, dann doch nochmal die Emotionen zu erreichen und so. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Die Frage ist ja, welche Emotionen kannst du da erreichen überhaupt, wenn du das dann auf diese Art und Weise aufdrehst? Weil das ist ja, kann man glaube ich schön, wie mit allen anderen Dingen, kann man schön vergleichen mit Geräuschen, kann man schön vergleichen mit Lebensmitteln. Die Dosis macht das Gift. Und wenn du versuchst, Gefühle zu erzeugen und dann bestimmte Aspekte der Gefühle auf Overdrive drehst, dann bekommst du aber auch nur diese Aspekte der Gefühle. Weil das, was du mit Kackepimmel und so dann da dir abholst, ist ja keine akkurate Widerspiegelung einer moralischen Problemlage, sondern ist einfach ein grobes Gefühl, wie du sagst, ist einfach dann, dadurch, dass ein Aspekt zu sehr betont wird, ist das Gleichgewicht, das zwischen vielen verschiedenen Aspekten in einer gut geschriebenen Szene besteht, zerrüttet und damit auch diese Wirksamkeit dann nur noch auf diesen einen Aspekt beschränkt. Wobei ich glaube, es ist noch grundlegender. Wogegen man da angehen muss, ist glaube ich, ja eine ganz allgemeine Gefühllosigkeit. Man stelle sich, also die Frage ist ja auch, es geht ja nicht darum, sich auf eine Theaterbühne zu stellen und eine Predigt zu halten. Es geht ja schon darum, zu inszenieren. Es geht ja schon darum, mittelbar zu sein. So, das ist mal die Voraussetzung. Und dann aber, wenn nun die Menschen, wie soll ich sagen, wie Josef Hader ganz richtig sagt, die beruflich über Leichen gehen, aber mit Bioresonanz, wenn sie also kulturell interessiert sind, ins Theater gehen, überhaupt ins Theater gehen, und dann aber im Grunde genommen völlig gefühlskalt sind, mit ihrem SUV durch die Gegend fahren und nach Thailand fliegen und eigentlich Egomanen sind, die gar nichts an sich ranlassen, was allgemein sein könnte, dann wäre ja schon, da kann ich die Aufgabe schon verstehen, denen was vorzusetzen, wo sie schockiert sind, wo sie befremdet sind, wo sie irgendwie verwirrt werden, weißt du, wo man da aus diesem Gusseisen, ja, um Platz zu schaffen für einen Gedanken, wenn du so Gusseisen in dir selbst ruhst, in deiner eigenen Dumpfheit und mit dem Selbstverständnis des gebildeten Menschen und auf der einen Seite dir den mittelburgenländischen Gewürztraminer selbst mit deinem SUV vom Weinbauern holst und auf der anderen Seite es dir völlig wurscht ist, ob die Leute im Mittelmeer saufen, weil das ist nicht dein Bier, dann ist doch die Aufgabe von so einem Schauspiel das irgendwie zu knacken, das kann ich verstehen, dass man das möchte. Ich weiß nicht, ob es, also es ist wahrscheinlich die Aufgabe des Schauspiels das zu knacken, weil es die Aufgabe jedes Teils einer gesunden Gesellschaft ist, das zu knacken. Ich weiß aber nicht, inwiefern, also siehst du einen konkreten Weg für das Schauspiel, wie das Knacken möglich ist, weil ich glaube, dass mein Bild schon ganz gut funktioniert von der tatsächlichen Reaktion auf diesen Versuch des Knackens, nämlich die Keule, die dann dadurch, dass sie auf das Pflänzchen draufhaut oder auf die Schale des Pflänzchens, auch das Pflänzchen mitzerdeppert, weil sie eben in dieser Keulenhaftigkeit nicht das zart fühlende Element besitzt, was dann, wenn die Schale zerschlagen ist, auch mit der Pflanze umgehen kann. Also das, was da passiert, ist dann, dass die Keule durchrauscht und sogar nicht nur die Pflanze zermatscht, sondern auch den Boden unter der Pflanze so verdichtet, dass danach darauf folgende Wurzeln es vielleicht schwerer haben, sich durchzuwühlen. Also möglicherweise, ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, vielleicht funktioniert es auch super, vielleicht ist es auch so, dass Leute, die dann erstmal geschockt werden, plötzlich total in der Lage sind, auf ihre Gefühle zuzugreifen, aber wenn ich mir so überlege, was ich über Schockzustände gelernt habe, so aus so einer psychologisch-medizinischen Sicht, dann sind Schockzustände eigentlich Schutzzustände. Und da ist… Die führen nicht zur Gesundheit, eher zur Krankheit. Ja, ich weiß nicht, ob Gesundheit und Krankheit richtig ist, sondern eher Unbeeinflussbarkeit, würde ich sagen. Schockzustände sind verschlossene Zustände. Aber das meintest du mit Krankheit. Ja, nee, das würde ich nicht sagen. Dann lass uns mal sagen, Verunsicherung. Das ist ja eine Geschichte, die dann noch dazu führen kann, dass ein Gedanke entsteht, dass Einsicht, vielleicht sogar Mitgefühl entsteht. Das sind sozusagen die festen Pfeiler des Weltbildes und der Gemütlichkeit ein bisschen zum Tanzen bringt. Frei nach Marx. Man bringt die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen, indem man ihnen ihre eigene Melodie vorspielt. Und dann mal sowas versucht. Und da ist dann die Frage, wie? Und da gibt es halt das Brecht'sche epische Theater, das also von dem reinen Konsum von irgendwelchen Thesen absieht und dann tatsächlich das Publikum auch provozieren will und auch durchaus Analyse und Propaganda ist vielleicht zu hart, aber gesellschaftliche Thesen auf die Brüne direkt drauf bringt. Das ist ein Versuch. Wie genau würde der dann funktionieren? Und wenn der scheitert, dann ist es so wie auf einem Cartoon, den ich mal gesehen habe, wo zwei bepelzte Damen aus der Drei-Groschen-Oper rauskommen und sagen, ach, es ist auch wirklich zu schwer, unsere Eins nicht zu beleidigen. Die Gefahr ist halt, dass es alles sowieso abperlt, dass es sowieso alles völlig vergebens ist, weil die herrschende Klasse ist einfach gusseisern, betoniert, wie du willst. Und so, aber das ist ein Versuch. Und dann Regie-Theater, wir machen mal Elementares, Elementarteilchen. Wir kacken mal auf die Bühne und gucken mal, ob das nicht irgendwas aufbrechen kann. Würde man vermuten. Also die Bildungsprogramme hat es mächtig aufgeregt und das ist vielleicht auch schon mal ein Erfolg. Ja, ich weiß nicht, aber dieses vielleicht ist halt der wichtige, also das ist das Wort, auf das es ankommt. Und auch bei dem Brechtischen Theater ist da auch die Frage, ich bin überhaupt nicht dagegen, dass es funktioniert. Ich bin total dafür, dass es funktioniert. Ich frage mich nur, wie der Weg dahin, dass es funktioniert, aussehen, also wie der Mechanismus, der funktionieren kann, aussieht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin ja kein Theaterkenner. Ich weiß auch nichts von Theatertheorie. Ich kann jetzt nur mal so ein bisschen rumspinnen aus dem, was ich hier und da aufgeschnappt habe. Und wie ich auch selber als Zuschauer im Theater erlebt habe. Ja. Und da ist es ja vermutlich sehr, sehr oft Preaching to the Saved, dass man sozusagen als kritischer Geist ins Theater reingeht und dann bestärkt ist. Das ist ja auch nicht nichts. Ja. Ich habe mal das Stück Shoppen und Ficken gesehen an der Schaubühne in Berlin. Ja. Das war, also das ist sozusagen eine der ersten Bühnen, glaube ich, immer noch in Berlin. Und das war sehr drastisch und auch meiner Meinung nach richtig. Also wurden so die Ausbeutungsverhältnisse zwischen Frauen und Männern und auch zwischen Kapitalisten und Lohnabhängigen sehr, sehr scharf und eigentlich auch ganz gut dargestellt. nur das wusste ich schon. Und ich glaube, die Zuschauer, die da saßen, wussten das auch alle schon. Wir haben dann alle zusammen erlebt, dass es anderen genauso geht, unter anderem dem Autor des Stücks, wahrscheinlich auch den Regisseuren und möglicherweise sogar den Schauspielern. Das weiß man ja nun nicht so genau. So, und dann ist man vielleicht bestärkt in seiner kritischen Haltung. Das ist ja auch nicht nichts, aber das ist eigentlich nicht das, was sozusagen die Geschichte voranbringt. Also am Ende, das muss man sich immer mal vor Augen halten, glaube ich, am Ende kommt es darauf an, dass die Polizei und das Militär überläuft. Das ist der entscheidende Punkt. Vorher ist alles nur Vorbereitung. So, wenn die, wenn die Gewehrläufe sozusagen, ich glaube, Lenin hat das gesagt, die Revolution oder die Macht oder so kommt aus den Gewehrläufen oder ist vielleicht sogar schon viel älter, weiß ich nicht. Darauf kommt es dann an, weil dann entscheidet sich, wer totgeschossen wird und wer nicht. So. Und so muss Aufklärung stattfinden, dass man sozusagen zwar einerseits unter sich sich verständigt, unter denen, die sich sozusagen hauptberuflich damit beschäftigen und Philosophen und so, was richtig ist und dann aber auch einen Weg findet, um Sympathie dafür zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, auch Aufgabe des Theaters, in das Leute reingehen. Und da muss das schon irgendwie ohne Kacken auf die Bühne auskommen und ohne Predigten, aber auch ohne Kitsch, das ist wie immer das große Problem. Wie gesagt, keine Ahnung, wie man das hinkriegen soll. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich mal sehr, sehr verunsichert wurde, als wir in Schwerin waren. Warst du da mit? Weiß ich gar nicht. Was war das denn? Da war ich gerade frisch mit Hanna zusammen, glaube ich. Und da sind wir, ja, was war denn das? Ähm, Faust. Faust war es. Diese Ein-Mann-Faust-Sache? War das das? Oder war das, nee, wir waren im großen Haus in Schwerin in dieser Faust-Aufführung, ne? Genau, wo die Frau vergewaltigt in der Pause auf der Bühne liegen blieb. Ja. Boah, das hat mich mitgenommen. Da habe ich gedacht, nee, nee, nee. Das ist nicht gut, ne? Nee, dieses Gefühl will ich nicht haben. Also, es hat mich einfach, es hat, es, es, es hat was, es hat was aufgeführt, von dem ich wusste, dass es das gibt und hat mir aber Aspekte an dieser Sache gezeigt, die ich noch nicht kannte. Nämlich das Gefühl, jemandem dabei zuzugucken, nach einer Vergewaltigung mit der Situation nicht umgehen zu können. Ja. Und verletzt zu sein auf eine furchtbare Art. Und das ist eine, ja, entschuldige. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, eine Quelle für, für Wachstum. Nämlich im Sinne von der, von dem Ernstnehmen von sexuellen Straftaten gewesen. Ja. Im Aufbau meiner Persönlichkeit. Aber. Ja, ich meine, das ist natürlich aber auch, da ist auch dieser entscheidende Punkt, der die Vorzüglichkeit des Theaters ausmacht, genannt, glaube ich. Denn wenn du das auf irgendeinem Bildschirm gesehen hättest oder an irgendeiner Leinwand, wäre es bestimmt lange nicht so eindrücklich gewesen. Der Umstand, dass du, eine natürliche Person, von, wo dir klar ist, du könntest jetzt auch zu der hingehen und mit dir reden. Das ist, glaube ich, ein qualitativer Unterschied. Ich glaube, das ist ein, ein unheimlicher Vorteil, den eine Theaterbühne eigentlich hat und auch wiederum umgekehrter Grund dafür, dass immer weniger Leute ins Theater gehen, weil sie das gar nicht mehr aushalten können. Ja. Diese direkte Beziehung zu, zu natürlichen Personen, die da in mittelbarer Nähe sind, auch wenn sie selbst beleuchtet sind und man selber nicht. Ja. Und das ist ja auch ein Mittel des Theater, sollte auch ein Mittel des modernen Theaters sein, dass man sozusagen die Bühne mitten ins Publikum stellt oder dass die Schauspieler ins Publikum gehen und anfangen mit denen zu reden und so. Das war ja auch eine Anstrengung von, ich weiß nicht, ob von Brecht, aber ich glaube von Piscator, diesen Zweiten, der noch versucht hat, in Richtung episches Theater und so zu gehen. Und das ist ein Trumpf und du musst mal gucken, was macht man mit diesem Trumpf? Also ich bin im Grunde so jetzt für unsere eigenen kleinen Zwecke bin ich ganz zufrieden, auch sogar so Klassiker zu machen, irgendwie so Brecht. Weil das sind zwar alte Gedanken, aber das schadet überhaupt gar nichts, wenn man die mal gehört hat. Das ist dann, wie soll ich sagen, wie ein lebendiges Buch. ist nicht verkehrt. Also es hat dann genügend Abstand, dass man sich nicht bedroht fühlt. Ja. Also und wir haben ja in dieser Line-Spielgruppe haben wir auch die außerordentliche Lage, dass unser Publikum ein Pflichtpublikum ist, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Also das sind nicht Leute, die irgendwo ein Plakat sehen und sagen, oh, das Stück interessiert mich, da gehe ich mal rein. Ja. Sondern das sind Leute, so wie du, Papa spielt mit, da gehe ich mal hin. Ja. Und brav klatschen, sonst muss er weinen. Genau. Und es ist eigentlich nicht so wichtig, was das für ein Stück ist und was da nun kommt. Ja. Man guckt sich das an, weil man da eben, und da, also in der Garderobe haben ja, ich glaube, ich bin selber mit Familie und Freunden und Bekannten für 12 bis 15 Karten zuständig. Und so ging es den anderen auch. Meine Mama war da, mein Vater war da, also die Jüngeren, die wollen uns mitspielen und so und so und so und so. Und das könnte natürlich, das hat natürlich auch den Effekt, dass man machen kann, was man will. Und da kann man auch mal was Ambitionierteres machen. Weil das führt nicht dazu, dass das Stück abgesetzt wird vor der Zeit, sondern wir haben eh nur drei Aufführungen, ein, zwei, drei und dann eine Schicht. Und die Leute kommen, weil sie, sie kommen eben. Ja. Weil sie es müssen. So, und da müsste man eigentlich viel weniger sich sorgen, dass man den Massengeschmack trifft. Man muss viel weniger sich hüten, kitsch zu machen, sondern man kann da so klassische Sachen machen. Vielleicht könntet ihr auch das Rezo-Video einfach nochmal vortragen, damit die Leute, die im Publikum sitzen und die das, obwohl die, die es gesehen haben, langweilen sich dann. Ja, aber die Älteren, das ist ja sowieso, das ist ja kein Theater, wenn du irgendwas vorträgst. Das gepredigt geht nicht. Also das ist einfach verschenkt dann, weil das ist dann, nee, nee, es ist schon dazu da, um zu ergreifen. Ich glaube, ergreifen ist ein ganz gutes Wort. Ja, und mit Handlung zu ergreifen. Ja, Handlung, es ist immer so, sagen wir mal, Bedeutung. Was meinst du? Nee, Bedeutung hast du ja in der Predigt auch drin. Also, eine andere Bedeutungsebene halt. Nein, ich meine, das, was Harry Rowold sagt, wenn sie Handlung wollen, also bezogen jetzt auf Romane, wenn sie Handlung wollen, gehen sie zum Catchen. Damit ist, glaube ich, gemeint, dass die Fabel, also der Inhalt im engeren Sinne nur eine Sache ist. Vielleicht bedeutend, auf jeden Fall, aber auch mitbedeutend ist die Form des Ausdrucks, die ganze, soll ich sagen, das ganze Erscheinungsbild, die Dynamik. Ja, das gehört schon alles dazu. Das ist für mich halt ein Überbegriff für die Dinge, die da wichtig sind. Okay. Zum Beispiel, bei der letzten Staffel von Game of Thrones war es ganz oft so, dass die Leute gesagt haben, die mit mir das geguckt haben, die Handlung war total unsinnig. Und dann zählt aber für mich nicht nur der Handlungsaspekt, ob der Drache nur von zwei verschiedenen Seiten von fetten Stahlpfeilen getroffen wurde, ob es sinnvoll ist, dass der Drache direkt vom ersten und zweiten Stahlpfeil getroffen wurde und noch andere so mechanische Kleinigkeiten, sondern es geht auch um die Bildsprache und es geht auch darum, in welchem Moment das passiert, welcher Charakter davon wie betroffen wird und wie die dann damit umgehen. Irgendwie so logische Fehler aufzupicken, das ist ja arm. Also das ist ja, das ist ja natürlich, wenn das 100 in der Minute sind, dann würde man irgendwann mal sagen, so jetzt setz dich mal vorhin und überleg dir, was du machst. Aber sich daran aufzuregen, das ist ja nichts. Das würde ich auch sagen. Naja, auf jeden Fall meine ich das dann mit Handlung. Also Handlung bedeutet für mich jetzt in dem Rahmen vor allem, dass Menschen etwas geschieht oder Menschen etwas tun und dass daraus sich dann, je nachdem, wie das präsentiert ist oder wie der Umfang ist oder wie das auch bühnenbildnerisch dargestellt ist, eben auf einer metaphysischen Ebene, also auf einer nicht durch konkrete Details im einzelnen kommunizierbaren Ebene vermittelbaren Nachricht oder Botschaft. Ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, wir haben hier wieder das Problem, das wir schon öfter hatten. Ich würde dir dringend empfehlen, dann den Begriff der Handlung anders zu benutzen, einfach aus Kommunikationsrücksicht. Wenn ich das jetzt nicht vergurke, ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich bin relativ sicher, ist Handlung eigentlich nur die Oberfläche, die Fabel einer Geschichte. Alles andere nennt man nicht Handlung. Handlung ist die Fabel einer Geschichte. Ja, die Fabel, also die Oberfläche des Geschehens, also die Reihenfolge, das, was man aufschreiben kann, erst passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann was anderes. Ja. Die Handlung und das andere. So. Und wenn du den Oberbegriff haben willst, sag lieber das Stück. Bei Bedeutung, bei Victionary, also dem Lexikon von Wikipedia steht. Du hast jetzt wieder nachgeschlagen? Ja, natürlich. Wir wollen das doch rausfinden. Wir wollen doch hier nicht, wir wollen doch der Wahrheit auf den Grund gehen. Ja, dann sag mal. Erstens, Prozess, währenddessen etwas getan oder durchgeführt wird. Ja, das ist ja ganz allgemein. Damit ist ja keine Theater, Bühnenhandlung oder dramatische Handlung gemeint. Ja, ja. Ich kann den Begriff doch allgemein benutzen, oder nicht? Ich benutze ihn doch nicht falsch, weil ich ihn allgemein benutze. Ja, wenn du ihn so ganz allgemein benutzt, dann benutzt du ihn relativ leer. Ja, das ist ja immer das Problem. Je abstrakter ein Begriff ist, desto weniger Bestimmungen enthält. Ja, genau. Deswegen habe ich ja auch gesagt, was die Bestimmung sein soll, weil Handlung so allgemein ist, dass man alles mit reinpferchen kann. Und als solcher Überbegriff wollte ich es jetzt verstanden wissen. Aber das bedeutet dann, dass der Begriff selbst eigentlich nicht sinnvoll ist, ihn zu benutzen, sondern dann kommt es ja nur darauf an, was sich darunter dann aufhalten soll in dem Moment. Ja, ja. Wir sprachen ja jetzt über die Handlung auf einer Bühne. die Handlung, die nicht darin besteht, dass jemand seine Finger öffnet und die Handfläche anguckt, sondern die darin besteht, dass das eine Geste ist. Ja, genau. Für was auch immer. Ja, genau. Und da wollte ich ihm sagen, die Handlung ist eigentlich das Gerüst nur. Also so wird das dann immer benutzt, das Wort. Ja, ach so. Ja, gut. Dann muss ich da mal wieder vorsichtig sein, Gott, und ein bisschen aufpassen. Ja, kann auch sein, ich täusche mich, dann sag Bescheid. Du kannst ja das nächste Mal, wenn dir jemand aus dem Theater über den Weg läuft, obwohl es dauert jetzt wieder eine Weile, eure Sachen sind jetzt vorbei, eure Vorstellungen, und es geht erst wieder los im September. Ja. Na gut, dann machen wir im September einen zweiten Teil und klären das ein für alle Mal. Wahrscheinlich nicht. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie weit die, mit denen wir da zusammen sind, Theatertheoretiker sind. Aber es wird natürlich so sein, dass es Grundbegriffe sind, die jeder, der mit zu tun hat, beruflich auch kennt. Ja. So wird es wohl sein. Dann brauche ich einfach nur zu fragen. Was ist eine Handlung? Oder sagen, oh, guck doch mal im Victionary nach. Ich befürchte, dass die das auch machen würden. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Gut. Hast du denn außer der Vorführung von Shoppen und Ficken noch eine Theatervorstellung gehabt, wo du gesagt hättest, ja, das sollte man öfter machen? Also das würde ich gerne nicht unbedingt wiedersehen, aber anderen Leuten angedeihen lassen, diese Erfahrung, wenn sie mit dem richtigen State of Mind dahin gehen. State of Mind. Grundsätzlich finde ich Theater immer gut. Eben dessen wegen, was ich eben gesagt habe. Also das sind richtige Menschen und die machen da was. Ich bin ab und zu ins Theater gegangen und habe modernere Stücke gesehen, vor allen Dingen. Und da habe ich, muss ich zugeben, fast immer den Eindruck gehabt, ja, stimmt. Also bestenfalls, ja, stimmt. Wusste ich aber schon, weil ich alt bin. Ich habe ja schon ein paar Sachen gelesen und das kam mir jetzt nie so vor, dass ich gesagt habe, so, da ist jetzt mal ein Aspekt, auf den bist du überhaupt noch nicht gekommen. Das ist ja ganz neu. Oder die Konstellation, das ist interessant. Also da müsste man noch mal wieder drüber nachdenken oder so. Aber ich glaube, Weißt du, was ich glaube? Das kann ja auch sein, dass ich da, also ich will jetzt jetzt gar nicht so tun, kann sein, ich kriege da Sachen nicht mit. Wird so sein. Aber mir ging es jedenfalls so. Ja, was mir gerade noch einfiel war, dass ich dir ja ab und zu gerne unterstelle, dass du mit Gefühlen nicht so super gut, also dass du keinen guten intuitiven Zugang zu deinen Gefühlen hast, weil du, ja, einfach ein bisschen unter gefühlstechnisch inkompetenten Eltern gelitten hast. Ja, ja, total falsch. Genau. Ich bin total emotional sensitiv. Sogar völlig falsch. Ja, genau. Sollte es jedoch so sein, würde das erklären, warum du zum Beispiel keine Theatergeschichte hattest, wie ich in diesem Fall, der ich gesagt habe, ja, dieses Gefühl, das war mir vorher noch nicht so über den Weg gelaufen. Kann natürlich sein, dass du all die Gefühle, die das Theater in jemandem aufwecken könnte, schon in anderen Kontexten vorher erfahren hast. Aber es passt mir zu gut, um das nicht noch kurz zu erwähnen, dass ich das vermute, dass das so zusammenhängt. Na, das sei dir denn gegönnt. Dankeschön. Ich habe mir noch ein, im Zusammenhang mit dem Problem, dass man Theater auf unterschiedliche Arten wahrnimmt und eigentlich vermutlich Theater nicht auf die Art und Weise wahrgenommen wird, oft auf die es am schönsten wäre oder am wahrsten, noch aufgeschrieben eine Frage, die ich im Zusammenhang mit einer Kurzgeschichte jetzt an dich stellen möchte, die ich vor kurzem gelesen habe, habe, nämlich die Frage, ob du dich an eine Situation erinnerst, in der du dich so sehr getäuscht hast, dass du es nicht glauben konntest, dass es unfassbar war, dass du dich da getäuscht hast. Ja. Ich verstehe schon, was dahinter steht. Dahinter steht, dass man sich oft irrt, obwohl man sicher ist, dass man sich nicht irrt. Aber das Beispiel ist doch jetzt doch überzogen. Und dann habe ich einen anderen Podcast gehört, den Very Bad Wizards Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Sehr schlechte Zauberer. Sehr schlechte Zauberer. Das ist ein Zitat aus Wizard of Oz, wo dann der Wizard of Oz entdeckt wird von der Protagonistin. Und sie sagt, you are a bad man. Und er sagt, no, I'm a good man. I'm just a very bad wizard. Ja. Ja, genau. Und die sind ein, einer ist Philosoph, Philosophie-Professor, einer ist Psychologie-Professor und die bereden dann immer so verschiedene Sachen, unter anderem eben auch diese Kurzgeschichte, in der dieses Beispiel vorkam. Und die haben von diesem Beispiel gesagt, dass sie beide sehr, sehr gut sehen können, wie ein Beispiel von solcher, von diesem Charakter oder von dieser Wichtigkeit tatsächlich einfach genauso, wie das in der Geschichte vorgekommen ist, falsch verstanden wird. Und in dem Beispiel ging es darum, dass ein Vater, der nur noch mit seiner Tochter zusammen wohnt, weil die Mutter abgehauen ist, als die Tochter, boah, zwölf war, glaube ich, oder 13 oder so, dass die sich irgendwie gestritten haben. Und in der Geschichte geht es dann noch um so eine Technologie, dass man sich ganz sicher an andere Sachen erinnern kann. Aber wie der Vater dann herausgefunden hat, wo er sich geirrt hat, ist denn jetzt für den Punkt, den ich machen will, gar nicht so wichtig. Sondern es geht eher darum, dass der Vater sein ganzes Leben lang, oder sein ganzes Leben lang, in den letzten zwei, drei Jahren, auf jeden Fall in dem Moment, in dem die Geschichte spielt, sich daran erinnert, wie seine Tochter einmal zu ihm gesagt hat, ich könnte auch ohne dich leben, ich hasse dich, es ist deine Schuld, dass sie weg ist, also die Mutter. Und dann findet er eben diese Technologie, die zeigt ihm dann, wie diese Situation wirklich war. Und es war andersrum. Also er hat das zu seiner Tochter gesagt. Und der erste Impuls ist natürlich, ja, das hat sie irgendwie gefakt. Das ist natürlich Quatsch. Das kann natürlich nicht sein. Und nach und nach entdeckt er dann aber durch diese Technologie, dass es nicht gefälscht ist und dass er sich da tatsächlich getäuscht hat und dass es andersrum war. Und das ist dann der Anstoßstein für eine Entwicklung, in der er bemerkt, dass er und seine Tochter sich gar nicht verstehen. Also das ist da, dass die freundliche Beziehung, die er zu seiner Tochter hat, eigentlich nur eine sehr distanzierte Beziehung ist, die die Tochter auch nur aufrechterhalten kann, weil sie ihm seine Fehler nicht mehr vorwirft und seit drei Jahren eine Therapie macht. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, ja, ja, okay, ich verstehe das Prinzip, aber so heftig kann man sich doch wohl nicht irren. Erstens. Zweitens habe ich dann gehört, ja doch, so sehr, erstens kann man sich so sehr irren, von den Very Bad Wizards dann. Und wir haben das auch schon, ich werde jetzt nicht erzählen, wo, aber wir haben uns auch schon so geirrt. Und da habe ich gedacht, drittens, wo habe ich mich so geirrt? Weil die Möglichkeit, andere Leute falsch zu verstehen, scheinbar überhaupt gar keine Grenzen hat. Und die einzige Möglichkeit, die mir da einfällt, ist, aggressiv die Leute nach den Dingen zu fragen, bei denen irgendwie noch eine Belastung da ist. aber, ja, es ist einfach gruselig, dieses Gefühl, der, ja, im Englischen gibt es den Begriff, gibt es einen Begriff dafür, der, der, aus den Angeln heben, ja, aus den Angeln heben ist es praktisch, unhinged. Also eine Hinge ist das, was an der Tür ist, was dann, also das Gelenk und diese, das Scharnier, das Scharnier, genau, dieses Gefühl, entscharniert zu werden, aus dem, sonst zu, aus dem Angeln heben ist ein ganz schöner Begriff. Ja? Schade, dass er nicht Englisch ist, dann würdest du ihn benutzen. Oh, aber so sehr, aber es ist drei Wörter, das ist zu Deutsch, da müsste ich mir einen Satz überlegen, in dem Hilfsverb und tatsächliches Verb an unterschiedlichen Stellen stehen und ich überlege mir meine Sätze nie, bevor ich spreche, leider, weswegen sie immer 700 Wörter lang sind, das tut mir sehr leid. Du bist noch jung, du wirst das schon noch machen. Hoffentlich. Ja, ja, stimmt, also das ist dann sozusagen, wenn man das eingesehen hat und möglicherweise sogar ein Beispiel, ein bewiesenes Beispiel dafür hat, sodass man es nicht mehr so richtig wegdrängen kann, dann ist das schon ganz gut, weil dann die dritte Kränkung des Menschengeschlechts einem fühlbar werden kann, dass man nicht Herr im eigenen Hause ist. Das ist diese freudsche Sache. Solche Klopper, ich lüge nicht, wenn ich jetzt, wenn ich sage, dass mir jetzt nichts einfällt, aber ich weiß ganz genau, dass es zwei, drei Sachen gibt, wo ich auch gedacht habe, das kann doch wirklich nicht wahr sein, bist du jetzt völlig verrückt geworden. Und das sind, natürlich Dinge, die emotional belegt sind. Das sind Dinge, die man sich selber umdreht, nicht irgendwelche Zufälle, es geht ja nicht darum, ob man da irgendwie rechts oder links fährt oder so. Ja. Es geht darum, wie hat man sich schäbig verhalten oder eben nicht oder so. Und dadurch, dass es emotional belegt ist und verdrängt wird und dann durch die Bearbeitung dieses Verdrängen verfälscht wird, wird es ja auch in dieser, ich will sagen, in dieser falschen Interpretation energetisch festgehalten. Du willst diese Lüge haben, weil du es gerne nicht ertragen möchtest, dass die Wahrheit dich schlecht aussehen lässt. Ja. Und das, aber das mal grundsätzlich einzusehen, dass das so funktioniert und dass es so geht, das ist schon sehr, sehr viel. Ja. Ich muss übrigens auch nochmal nachgucken, wie das mit PTSD genau funktioniert, also mit posttraumatischer Belastungsstörung, also PTBS, weil ich nämlich auch gelesen habe, dass die PTBS sich meistens dadurch ausdrückt, dass einem Menschen genau das in einer Art und Weise vorgehalten wird, die er nicht erwartet hat. Deswegen im Krieg, man tut irgendwas fürchterliches und hätte vorher, weil man sich gar nicht so richtig damit beschäftigt hat, was denn da nur im Krieg passieren könnte, tatsächlich, und wird total von seiner eigenen Grausamkeit überrascht und kann dann einfach nicht mit sich leben, weil das nichts ist, was man sich weglügen kann, sondern das, was ist, was man sich eingestehen muss. Und dann, ja, ich glaube auch, dass es bei den PTBS weniger auf das Schreckliche, was man sieht, ankommt, als die schrecklichen Regungen, die in einem selber kommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das meintest du, ne? Ich weiß nicht, was du jetzt mit schrecklichen Regungen meinst. Also, dass du jemanden killst und dass du das Gefühl hast, dass es gut ist? Oder meinst du mit der Regung? Ja, ich glaube, das Killen ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist der Genuss daran. Oder hinterher nicht entsprechend sich zu verachten. Also, jemanden zu killen und man hat dann gar kein Gefühl. Naja, sich selbst verachten, das ist ja, das ist ja nun gerade das, was nicht geht. Also, diese ganzen Bemühungen im psychischen Apparat sind ja unterm Strich die, dass ich als, sozusagen, als Einheit in der Welt, als Individuum, das sich bewährt, das weiterlebt, zusammenzuhalten. Wenn du dich selbst verachtest, dann hast du ja schon verloren. Das heißt, das ist dann auch bei diesem PTBS wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, dass es als Krankheit, die von der Ursache entfernt ist, auftaucht, dass diese Verachtung eben vermieden werden soll. Auf jeden Fall und um jeden Preis. Ja. So, und wenn dann durch die PTBS dann wiederum Depressionen und so und selbstzerstörerische Verhalten kommen, dann ist es eher mittelbar. Aber es hat immer noch den Sinn, den Zerfall des Ichs zu vermeiden, Ja, ich glaube auch, dass das zusammenpasst tatsächlich. Und zwar insofern, als dass man, wenn man jemanden tötet, davon ausgeht, dass es einen irgendwie anfasst. Also, dass man das Gefühl hat, oh, das war jetzt ambivalent und hier ist irgendwas Wichtiges passiert und so. Also irgendwie, man gibt dem eine Relevanz. Und ich glaube, dass dieses Verachten an der Stelle vermieden werden soll, an der man sich verachtet, wenn man in dem Moment nicht so mit der Situation umgeht, wie man das vermutet. Also, es ist nicht einfach Messer in die Brust, Messer aus der Brust und ich gehe jetzt nach Hause. Sondern, es ist Messer in die Brust, Messer aus der Brust, auf die Knie fallen, Haare raufen, Brusttrommeln. Klassischer griechischer Roman. Und wenn das dann nicht passiert, Genau, das hätte ich jetzt eingewandt. Wenn das nicht passiert, dann geht es los. genau. Okay. Dann lass uns niemanden töten, damit wir nicht damit klarkommen müssen, dass wir Killer sind. Also wirklich, lass uns nicht in diese Situation kommen, dass wir versucht sind. Ja, führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von all dem Bösen. Ja, so ist es. Amen, möchte ich sagen. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Ich muss jetzt ein bisschen Sauerstoff atmen, meine Kopfschmerzen heben so langsam an. Ah, blöd. Aber mach das mal. Dann machen wir mal Schluss. Sagen noch ein herzliches Horrido in alle Richtungen, die uns empfangen und machen wir nächste Woche weiter. So machen wir das. Bis dann. Adios. Ciao. 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 Die Ärzte, die freundlicherweise ihre Musik zur Verfügung gestellt haben, haben mit dem Inhalt des Podcasts nichts zu tun. Noch nicht.